Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Bärle und Christian Allner. Willkommen. Unser Thema heute ist Xing vs. LinkedIn und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 75. Der Online-Geister, damit ein kleines Jubiläum. Alle 25 Jahre ist ein Jubeljahr und 75 ist damit ein dreifaches Jubiläum. Und da möchte ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen. Wir haben jetzt Folge Nummer 75. Wir laufen einmal monatlich. Das heißt, Tristan, du und ich, wir machen das jetzt 75 Monate in Reihe. Das ist, glaube ich, das längste Projekt, das ich jemals mit irgendjemandem gemacht habe. Ob jetzt privat, professionell ist, ja egal. Aber ich möchte mich einfach mal für die letzten 75 Monate bei dir bedanken. Privat kennen wir uns ja schon ein bisschen länger, aber auch für die letzten Monate an der Zusammenarbeit. Doch, 2016 haben wir mit den Online-Geisten angefangen und wir kannten uns auch schon vorher während des Studiums und allem. Ja, schon ein paar Jahre. Aber einen Großteil der Zeit, die wir uns kennen, machen wir immer im Online-Geist. Und da möchte ich mich halt einfach dafür auch bedanken. Freundschaften gehen ja auch mal auseinander, neue entstehen. Aber ich finde, sechs Jahre mindestens so ein gemeinsames, mindestens Hobbyprojekt zu haben. Ich möchte mich einfach mal bedanken an der Stelle. Und damit euch jetzt gar nicht langweilen, liebe Hörer, Ohren auf Empfangsbereitschaft und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Und wie immer unsere drei Hinweise am Anfang. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei online-geister.com, socialmedia-statistik.de und der Seminar-Mediathek. So, und wir wollen uns heute mit Xing versus LinkedIn auseinandersetzen. Haben wir schon öfter mal erwähnt, immer in dem Social-Media-Überblick, die beiden Berufsnetzwerke quasi, wo man sich seinen Lebenslauf eintragen kann, wo man professionelle Mitarbeiter und so weiter suchen und finden kann, sich bewerben kann, was alles zusammen zu hat und wo die Unterschiede liegen. Darum soll es heute gehen. Genau. Und wir wollen, dass wir folgt aufbauen. Wir beschäftigen uns erstmal mit Xing ein bisschen im Detail, dann mit LinkedIn ein bisschen im Detail und dann halt eben der Vergleich. Was macht das eine, was macht das andere? Denn der Sinn dieser Episode liegt vor allem darin, dass halt eben ein Vergleich dann auch sinnvoll ist, wenn es was zu vergleichen gibt. Und beide Plattformen sind halt eben soziale Netzwerke mit einem Business-Fokus. Und dadurch für viele Leute auch eben sehr vergleichbar untereinander, weil auch gerne gesagt wird, also Xing hat so ein grünes Design, LinkedIn hat ein blaues Design. Xing ist quasi dasselbe wie LinkedIn, nur ein grün von der Logik. Ja. Also es bietet halt sich angeblich, und das wollen wir halt untersuchen, sehr ähnliche Features. Deswegen auch erstmal ein Fokus auf Xing. Xing selbst, deutsches Unternehmen. Der Betreiber ist die New Work SE mit Sitz in Hamburg. Das heißt, wir müssen schon mal über DSGVO und Co. gar nicht reden, weil deutsches Unternehmen, die müssen sich auch an Datenschutz halten. An deutschem gültigen Datenschutz. Genau. Also generell in Europa gültigen Datenschutz. Und das ist auch noch ganz interessant. Xing selbst ist mit Gründungsdatum 2003 sogar älter als Facebook und Co. Also Facebook als so quasi das Sozialnetzwerk, was die meisten kennen, was man auch so typischerweise als ein soziales Netzwerk bezeichnen würde. Xing ist vorher lange seit das Sozialnetzwerk schlechthin. Hätte ich nicht gedacht, dass Xing doch schon älter ist. Also hatte früher jemand die Idee, es macht Sinn, sich beruflich zu vernetzen, bevor irgendein Amerikaner auf die Idee kam, hey, Gesichter vergleichen, wäre doch lustig. Sozusagen. Wobei man sagen muss, bei dem, was heute Xing heißt, die haben zunächst unter einem anderen Namen firmiert. Also 2003 wurde die Plattform im August unter dem Namen Open BC, Open Business Club, gegründet und hat sich halt eben im Laufe der Zeit erst entwickelt. Der Name Xing 2007 entstand der. Genau. Genau. Und hieß also erst bis Juli 2019 Xing SE und danach halt einfach nur noch Xing. Genau. Beziehungsweise der Betreiber war halt eben Xing SE und die wurde dann zu New Work SE. Also SE ist eine europäische Aktiengesellschaft, Société Europée oder wie sie das nennt. Ah, okay. Also es ist dann schon mehrfach gelesen, aber da muss man nämlich auch unterscheiden. Das ist so ein bisschen das Dilemma wie bei Facebook, die ja auch bis Oktober 2021 eben Facebook Incorporated hießen als Betreibergesellschaft, bis sie sich dann eben Meta umbenannt haben. Und das ist halt immer so ein bisschen das Blöde, wenn halt eben dein Hauptprodukt und dein Unternehmen gleich heißen. Aber wie gesagt, das wäre halt eben erstmal für den groben Überblick bei Xing mit zu nennen. Und ein interessanter Aufhänger für Xing auf jeden Fall erstmal, dass halt Xing zum Januar 2023 seine Gruppenfunktion einstellen wird. Denn, kurzer Überblick, ein soziales Netzwerk ist ein soziales Medium, also Social Networks gehören zu Social Media mit dazu und dienen halt vor allem der Visualisierung von Beziehungsgeflechten. So wie ich bei Facebook Freunde finden kann und mir Freundesnetzwerke aufbauen kann, kann ich das halt eben bei Xing wie bei LinkedIn mit Kontakten. Darin wird sich auch nichts ändern. Aber üblich für soziale Netzwerke ist halt immer, dass man Profile, Seiten und Gruppen hat. Profile für den Menschen, Seiten für Organisationen und Gruppen für Diskussionen. Kennt man von Facebook und das ist bei Xing und LinkedIn eigentlich identisch. Und Xing stellt die jetzt ein? Genau. Stellt die Gruppen ein und stellt auch den Eventmarkt ein. Weil Xing, das ist die Aussage, die möchten sich halt stärker auf den Bereich Recruiting, Personalwesen konzentrieren und haben ja deswegen gesagt, wir brauchen die Gruppen nicht mehr, wir brauchen diese Diskussionsforen nicht mehr. Das spaltet gerade auch so ein bisschen die Nutzerschaft an der Stelle, warum das so gemacht wird. Aber das ist gerade so eine größere Änderung, wo Xing in der Zukunft halt in andere Bereiche vorstoßen wird. Denn auch in den letzten Jahren hat sich Xing als Plattform halt eben auch schon mal weiterentwickelt. Also der Fokus ist in den letzten Jahren, sagen wir mal so seit Mitte der 2010er, stärker auf den Bereich Personalwesen umgeschwenkt. Deswegen gibt es zum Beispiel Xing Events, Xing Coaches als eigene Webseiten auch, die zwar verknüpft sind mit dem sozialen Netzwerk, aber halt eben komplett einen Fokus haben. Bei Coaches, der Name sagt es ja schon, geht es halt eben um Coachings, dass ich mich als Trainer, Dozent, was auch immer halt eben ein bisschen präsentieren kann. Und bei Xing Events, da kann ich halt eben einfach Veranstaltungen erstellen, so wie man es bei Facebook oder LinkedIn oder anderen sozialen Netzwerken kennt, dass ich halt eben Veranstaltungen für Partys, für Konferenzen etc. machen kann. Geht halt eben bei Xing auch. Nur wie sagt dieser Eventmarkt, der soll an sich halt eben eingestellt werden. Ob damit auch die Eventfunktion, also die Veranstaltungen erstellen kann im sozialen Netzwerk, ob die damit auch flöten geht, das ist gerade noch nicht so ganz deutlich kommuniziert. Aber das geht halt eben so ein bisschen durchaus konform damit, dass halt eben Xing sagt, wir möchten uns halt eben stärker in diesen ganzen Personalwesen, in diesem Branding, in diesem Employer-Bereich halt eben ein bisschen mit stärker fokussieren. Denn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Kununu kennst. Ich meine, den da habe ich schon mal gehört, aber ich könnte dir nicht sagen, was es ist. Also das ist eine Arbeitgeberbewertungsplattform. Also da kannst du als Mitarbeiter deinen Arbeitgeber dann aus so einer Liste raussuchen und halt eben Sternebewertungen geben. Was können die, was können die nicht? Wo ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial? Und Kununu gehört zum Beispiel auch zu Xing mit dazu. Das ist ein Tochterunternehmen von denen. Ah, das ist dann quasi auch mit integriert, dass wenn du als Businessperson nach Arbeitgebern auf Xing suchst, dass du direkt die Kununu-Bewertungen mit dabei hast. Zumindest, dass die Kununu-Bewertungen häufig mit dabei sind. Die sind bei Xing nicht unbedingt automatisch verlinkt, aber das ist halt, ich hoffe mal noch so ein Entwicklungsbereich, dass Xing das Ganze so ein bisschen stärker auch nochmal miteinander verknüpfen wird. Denn Xing selbst ist halt vor allem auch in der DACH-Region, kurz für... Deutschland, Österreich, Schweiz, also Deutschland, Austria. Und die Confederation Helvetica. Ach, dafür steht CH. Ja, genau. Das ist ja irgendwas, Schweizerdeutschwitz, mit CH von der Schweiz. Nein, das kommt aus dem Latein, weil Schweiz ist ja viersprachig. Auf irgendwas musste man sich ja einigen als Landeskürzel, wenn es um Autokennzeichen oder sowas geht. Österreich heißt doch auch auf österreichisch Österreich. Warum damit A? Damit es DACH wird und nicht DÖR? Ja, es gibt auch Austria an der Stelle, auch als österreichische Eigenzeichnung. Das ist halt einfach historisch so gewachsen, aber in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wie schon gesagt. Wird aber die meisten auf jeden Fall ein Begriff sein. Genau. Und da gibt es dann ungefähr 20 Millionen. Genau, aktuell knapp über 20 Millionen Nutzer. In Deutschland etwa 17 Millionen. In der Schweiz 1,4 Millionen und in Österreich 1,6 Millionen. So immer über den Daumen gepeilt etwa, aber das sind offizielle Zahlen von Xing selbst. Genau, also macht ein bisschen Sinn, dass Deutschland da mehr hat, weil es gibt irgendwie Einwohner in Deutschland als in den anderen beiden kleinen deutschsprachigen Ländern. Und das war es dann größtenteils. Also knapp 21 Millionen Nutzer hat Xing, davon verteilen sich etwas mehr als 20 Millionen Nutzer auf eben den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. Und der Rest dann so weltweit. Also man kann wirklich sagen, Xing ist eine regionaler Riese. Ist das aber dann, sind das immer dann deutschsprachige Minderheiten außerhalb des Dachraums oder sind das schon welche, die in ihrer Sprache Xing nutzen, versuchen zu nutzen? Sehr unterschiedlich. Also da gibt es von Xing selbst leider nicht unbedingt viele Informationen. Meine Mutmaßung ist, dass es wahrscheinlich so ein Mix aus beiden sein dürfte. Also einmal Leute, die halt eben in Kontakt stehen mit Leuten bei Xing, die zum Beispiel für ein deutsches Mutterunternehmen arbeiten. Da hatte ich auch mal jemanden in einem Gespräch, das war ein deutsches Unternehmen, die haben dann eine Zweigstelle in Brasilien zum Beispiel aufgemacht. Und die offizielle Kommunikationssprache war weiterhin deutsch geblieben. Also da kann es sehr gut sein, dass man dann sich über Xing beispielsweise mit vernetzt oder hat eben Expats, also im Ausland lebende Deutsche zum Beispiel. Oder halt sonstiges. Wir haben ja auch eine gewisse Anzahl an Nutzern von zum Beispiel WeChat, was ja eine chinesische Plattform ist. Da verweise ich nur auf unsere Folge zum Thema Social Media in China von vor ein paar Episoden. Was wir aber dankenswerterweise auch durch Xing bekommen haben, ist eine sehr detaillierte Übersicht, wie sich eigentlich diese Nutzerschaft zusammensetzt. Naja, detailliert ist hier gerade schließlich zur Altersstruktur. Das sind 59 Prozent nicht definiert. Die haben es einfach nicht angegeben, Geburtsdatum oder sowas. Damit bleibt der größte Anteil von 12 Prozent, 31 bis 40 Jahren, wie sie es angegeben haben. Knapp dahinter 41 bis 50 Jahre und nochmal einen Prozentpunkt weniger, 51 Jahre und älter mit 10 Prozent. Und nur 8 Prozent sind unter 30 Jahre alt. Aber ist schon mal ein Statement für sich. Also wir haben tendenziell eher bei Xing Leute ab 30, die im Professional Experienced Bereich sind, was Karriere angeht. Also halt eben keine Arbeitseinsteiger mehr, sondern eben mit Arbeitserfahrung. 47 Prozent aller Nutzer auf Xing sind Professional oder Experienced. Genau. Und 16 Prozent der Erfassenden sind Executive, das heißt Vice President oder Senior Vice President oder vergleichbar. Also quasi die untere Chefetage. CEO, nee, oh, das geht nochmal später. Und 18 Prozent sind dann Manager, also Manager, Supervisor, vergleichbares. Teamleiter. Und 12 Prozent dann Senior Executive. Das sind dann die CEO, CFO. Genau. COO. Also der Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, etc. Also halt eben die obere Chefetage an der Stelle. Genau. Also die C-irgendwas-Os, C-X-Os habe ich auch schon mal gesehen. So in Amo das X für bitte irgendwas einfügen an der Stelle. Und gerade mal 5 Prozent sind Berufseinsteiger und nur 2 Prozent Studenten oder Praktikanten. Also tendenziell kann man sagen, ältere Leute mit Berufserfahrung, nur Grube, nur Position, was ja prinzipiell auch gut miteinander Sinn macht. Und das Beschäftigungsverhältnis ist bei 80 Prozent angestellt. Also wir haben eher weniger Freelancer, das sind gerade mal 5 Prozent. Ah, genau. Freelancer und selbstständige 5 Prozent. Ich habe gerade nach Arbeitslosen gesucht, aber die sind zusammengefasst in den 6 Prozent im Ruhestand, schrägstrich erwerbslos. Ja, das wird auch häufig zusammengefasst, was ich nicht unbedingt immer eine sinnvolle Zusammenfassung finde. Aber wir haben immerhin auch 8 Prozent, die sind Studenten, beziehungsweise Studierende. Wir sind 8 Prozent Studenten bei Beschäftigungsverhältnissen, aber 2 Prozent Studenten bei Level. Das sind quasi 6 Prozent der NutzerInnen sind Studierend und haben aber auch ein bestimmtes Karrierelevel. Genau, ich habe ja zum Beispiel auch selbst, bevor ich angefangen habe zu studieren, ja erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann als stellvertretender Abteilungsleiter gearbeitet. Da wirst du quasi Managerlevel am Karrierelevel, aber trotzdem im Beschäftigungsverhältnis studierend. Ja, vielleicht eher Executive Manager, würde ich jetzt nicht direkt sagen. Aber halt eben, es liegt schon Arbeitserfahrung vor, aber ich mache vielleicht ein Studium noch zu weit. Aber es gibt ja zum Beispiel auch duale Studiengänge. Also wie es die duale Ausbildung gibt, kann man ja auch dual studieren. Also mit einem sponsornden Unternehmen, das dich halt eben ausbildet und du machst halt eben Hälfte Studium, Hälfte praktische Arbeit. Aber kurz mal zu der Hierarchie. Du meinst, Executive ist in der Hierarchie unter Manager. Weil direkt in meinem Job, wo ich gerade arbeite, international, heißt die Person direkt über mir, deutschen Teamleiter, Manager. Das ist mein Manager. Du, da gibt es sowieso sehr viele kleinere Unterschiede. Ich habe es jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie das hier Xing angegeben hat, mitgemacht. Weil die auch von den Prozenten das ja sehr unterschiedlich gemacht haben. Deswegen nehme ich mal an, dass das halt eben langsam höher gehend sein dürfte und dann so der Rest hintendran. Und dann der Rest, ja stimmt, das könnte hinkommen. Was aber noch ganz interessant ist, Geschlechterstruktur, da haben wir im Regelfall immer mehr Männer als Frauen. Das kommt ein bisschen auf die Länder an, aber meistens kann man sagen, so irgendwas 50 bis 60 Prozent sind männlich. Und um die 40 bis 50 Prozent sind weiblich von der Nutzerschaft. Also leichter Männerüberschuss, aber ich sage dazu, geht schlimmer. Ist zwar eher männerlastig, aber ich sage mal so, das hat halt auch irgendwo mit der Gesellschaft zu tun, weil normalerweise ja obere Chefetagen sind eher selten von Frauen. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, weil so im letzten Jahr, was so lange bereits besteht, im Dachraum, wo wir eben gesehen haben, eher so höher, einflussreichere Personen mit angemeldet sind, Executive Manager etc., dass da der Anteil deutlich männerlastiger ausfällt. Nein, offensichtlich nicht, aber was relativ vergleichbar ist und relativ eben an der Stelle einmal die Branchenverteilung und die Unternehmensgröße. Also wir haben immer so ein bisschen Unterschiede, so irgendwas 12 bis 22 Prozent im Bereich, 22 Prozent konkret IT und Handel. 18 Prozent Industrie. 15 Prozent Dienstleistung. 12 Prozent Medien. 13 Prozent Verkehr, Pharma und Baugewerbe. Und dann 20 Prozent andere. Und bei der Unternehmensgröße gibt es zwar ein paar kleinere Unterschiede, aber von Just Me, also Solo-Selbstständiger, bis halt eben in Etappen 1 bis 10 Mitarbeiter, bis 50 bis 200 und dann 10.000 und mehr Mitarbeiter. Es gibt zwar Unterschiede, aber es ist relativ eben verteilt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass einer krass hervorsticht. Leicht absinkend, also ungefähr gleich bis 200, dann leicht absinkend so 500 bis 1.000, dann Spike bei 5.000, dann nur 5 Prozent, 5 bis 10.000, dann 16 Prozent, also der höchste Anteil sind 10.000 und mehr. Aber generell kann man sagen, im Bereich von einem bis 500 Mitarbeiter und dann bei 10.000 und mehr Mitarbeiter und bei 1.000 bis 5.000 Mitarbeiter erhält sich es etwa die Waage. Aber das ist ja eher eine allgemeine Übersicht, wieso die Nutzerschaft verteilt ist und im Grunde kann man sagen, Xing… Also logisch, das sind denn die Nutzer, die bei so einem Unternehmen arbeiten, nicht Anteil an Unternehmen, die auf Xing vertreten sind. Ja genau, eben vom kleinen Unternehmen bis Großkonzern, bei Xing bin ich halt in der Regel, 80 Prozent hat man ja schon gesagt, angestellt bei einem Unternehmen folgender Größe. Aber man muss auch sagen, in der Größenordnung, jetzt mal abgesehen von den 10.000 und mehr Angestellten, ist Xing im Normalfall eigentlich ein Hort des deutschen Mittelstands. Und das vielleicht erstmal zusammenzufassen, merkt man auch, finde ich, an der Geschlechter, an der Branche, an der sonstigen Verteilung. Wobei man natürlich sagen muss, der große Mehrteil bei Xing ist halt eben IT- und Handelsbereich, aber macht natürlich bei einer digitalen Plattform auch irgendwo Sinn, dass Leute irgendwo ein bisschen IT-leitig sind. Ja, die sind da eher affin zu. Auch sehr affin, Kriegen über Metal, es sind finnische Bands und deswegen wollte ich jetzt mal eine finnische Band spielen, die kein Metal macht. Es ist Tic Tac und das Lied heißt Hailu Tarn. Und das war Hailu Tarn von der finnischen Band Tic Tac und es ist verdammt warm, also machen wir weiter mit dem Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Über Xing haben wir vor der Musikpause gesprochen, jetzt geht es weiter mit LinkedIn und die sind eigentlich auch sehr ähnlich. Genau, also einziger größter Unterschied könnte man fast sagen, Xing hat ein grünes Logo, LinkedIn hat ein blaues Logo. Also Xing hat das gleiche in grün. Genau, beziehungsweise LinkedIn ist dasselbe in blau. Aber LinkedIn gibt es schon länger, die wurden nämlich im Dezember 2002 gegründet in Kalifornien. Genau, in Mountain View, Kalifornien, das ist so der große Unterschied. Also LinkedIn ist so ein klassisches US-amerikanisches Social Network an der Stelle. Also am ehesten wirklich vergleichbar mit Facebook, muss man sagen. Weil beide kommen aus dem selben Bundesstaat, kommen aus dem selben Land, sind jetzt zwei Jahre auseinander gegründet worden. Facebook ist erst 2004 gegründet worden. Aber es sind beide halt eben soziale Netzwerke. Und ich finde vor allem der Vergleich, wenn man LinkedIn mit Facebook mal auch vor allem optisch vergleicht, die sehen sich nochmal ein ganzes Stück ähnlich. Also Xing hat nochmal ein bisschen andere Optik in der Nutzeroberfläche, aber LinkedIn sieht sehr, sehr ähnlich von Facebook aus. Dann hat doch eher Facebook bei LinkedIn gekupfert, weil Facebook ist jünger, wenn auch nur ein paar Jahre. Facebook ist zwar ein bisschen jünger, aber wir reden hier von Anfang der 2000er Jahre. Also LinkedIn wird jetzt 20 Jahre alt in diesem Jahr. Die hat natürlich auch Zeit, immer mal ihre Designs zu überarbeiten und ihre Webseiten zu bearbeiten. Also wer da vielleicht von wem mal sich hat inspirieren lassen, das ist inzwischen eine ganz andere Thematik. Aber wirklich groß, also spätestens Platzwirt wurde es als Microsoft LinkedIn gekauft hat, 2016. Genau. Und da war es halt LinkedIn zugehörig zu einem der größten Konzerne überhaupt weltweit. Während auch jetzt schon was mit Unterschieden. Xing ja, kann man ein mittelständisches Unternehmen sagen aus Hamburg mit knapp 2000 Mitarbeitern oder so schon darüber. Also ich würde es schon ein bisschen größer als ein mittelständisches Unternehmen einsortieren, aber es gibt keine so richtige Definition für Mittelstand. Deutlich kleiner als Microsoft. Definitiv kleiner als Microsoft. Auch muss man sagen, dass halt LinkedIn durchaus auch nochmal größer als Xing an sich ist. Also Xing ist halt auch nicht nur kleiner als Microsoft, ist auch kleiner als LinkedIn an der Stelle. LinkedIn wird eben weltweit genutzt. Xing nur im Dachraum hauptsächlich, plus die Parts ja quetschte irgendwo außerhalb, die wir vorhin ja schon erwähnt haben. Aber wenn man auf die Nutzerzahlen schaut, sind im Dachraum mehr Nutzer bei Xing als bei LinkedIn. Genau, also weltweit sind wir zwar inzwischen bei wesentlich mehr LinkedIn-Nutzern, wenn man das mal hochrechnet. Also wir haben mit Stand 2022 830 Millionen monatlich aktive Nutzer von LinkedIn weltweit. Und das ist auch in den letzten Jahren, die da drinstehen, stetig steigend. Also die steuern geradewegs auf eine Milliarde zu. Genau. Und wenn man bedenkt, dass es halt eben auch so ein durchaus spezifischerer Fokus ist. Es geht ja um Karriere, Business, generell Berufsthemen. Wo man ja bei Facebook zum Beispiel sagen kann, es ist ja halt ein allgemeines soziales Netzwerk. Das kann sich mit allem auseinandersetzen. Privaten, beruflichen, großen, kleinen Themen, was auch immer. Hobbys. Ja, ist halt eben breit angesiedelt, haben wir bei LinkedIn zwangsweise so einen beruflichen Fokus. Das heißt, für alle Leute unter 18 ist es im Normalfall eigentlich schon gar nicht interessant. Auch für in Deutschland zum Beispiel Leute ab 65, wenn sie halt eben in Rente gehen. Weil dann sind sie noch nicht im Berufsleben oder nicht mehr im Berufsleben. Also das heißt, wir haben schon mal eine eingegrenztere Zielgruppe an der Stelle. Und da ist halt eben über 800 Millionen Nutzer, 830 mit Standmitte 22, ist schon eine Zahl für sich. Und davon 18 Millionen im Dachraum. Nicht viel weniger als Xing, aber doch schon ein paar Millionen. Genau. Und weltweit, muss man aber sagen, ist halt eben doch LinkedIn weit, weit vorne. Weil über 800 Millionen Nutzer versus Xing mit über 20 Millionen Nutzern. Wie gesagt, das ist aber auch kein Vergleich, weil Xing ja hauptsächlich auf deutsche Nutzer abzielt. Also Xing wollte ursprünglich weltweit, weil das nämlich auch wirklich, also der Begriff Xing, als die von OpenBC weggegangen sind, haben die sich auch bewusst nach einem chinesischen Begriff für Xing, sowas wie es funktioniert, umbenannt. Aber ja, da kam dann halt eben LinkedIn, da kam Facebook und kamen halt eben verschiedene andere Konkurrenzen, weswegen Xing heutzutage vor allem halt im deutschsprachigen Raum zwar durchaus ein Platzhirsch ist, aber halt eben dort begrenzt ist und LinkedIn wiederum halt wirklich auch diesen internationalen Fokus auch mit hat. Da vielleicht auch für einen kurzen Break, wir sind jetzt auch schon eigentlich direkt im Vergleich von Xing zu LinkedIn. Ja, also im dynamischen Gespräch wollen wir jetzt nicht nochmal die Zahlen von LinkedIn runterratteln und dann nochmal vergleichen. Wir sehen die Zahlen von LinkedIn, wir haben eben über Xing gesprochen, da kann man auch direkt vergleichen. Genau, aber mal für einen allgemeinen Überblick. Ich finde es schon durchaus noch spannend, wie die Plattformen sich entwickeln, denn mit Stand 2018 beispielsweise hatte Xing insgesamt, also Dachraum jetzt immer gesagt, also immer Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengerechnet, weil es zum Beispiel von LinkedIn auch nur Zahlen, offizielle Zahlen im Regelfall für den Dachraum gibt. Da wird nicht nochmal groß untergliedert. Aber halt eben 2018 hatten wir 14 Millionen Xing-Nutzer und 13 Millionen LinkedIn-Nutzer. Und inzwischen, das hat sich dann halt im Laufe der Jahre immer wieder erhöht, komplette Infografiken, Übersichten etc. packen wir euch in die Shownotes, findet ihr alles bei socialmedia-statistik.de. Und wie gesagt, 2022 sind wir ganz offiziell gerade bei 20,7 Millionen Xing-Nutzern im deutschsprachigen Raum und bei 18 Millionen LinkedIn-Nutzern. Also es ist immer so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwar, aber Xing hat immer so ein bisschen die Nase vorne, zumindest in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion halt. Einfach weil es ein deutsches Unternehmen ist und Leute, die hier wohnen, eher auf Heimisches gehen oder bietet Xing Vorteile für die Dachregion? Also wenn du nach meiner Expertise da fragst, dürfte es vor allem der Fakt sein, Xing war halt eben schon früher da. Ich meine, LinkedIn wurde zwar früher gegründet, aber musste ja erstmal nach Europa und nach Deutschland expandieren. Und das macht es da auch nicht einfach so nebenher. Und da konnte sich halt natürlich Xing schon mal den Raum aufbauen. Und wir hatten ja vorhin auch schon etabliert, wen finden wir bei Xing vor allem? Das ist bei LinkedIn übrigens auch ähnlich, vielleicht ein bisschen jüngere Struktur weltweit betrachtet. Aber bei Xing haben wir ja vor allem ein bisschen ältere Leute, ein bisschen höher positionierte Leute. Also ich sage mal so die älteren, meist eher männlichen Geschäftsführer von Mittelständischen bis großen Unternehmen. Und für wen sind die vor allem interessant? Für Leute, die Karriere machen wollen. Die hängen sich ja dann an die Chefs, um dann vielleicht mal selbst Chef zu werden. Das heißt für die, in Anführungsstrichen, Jugend von heute, also die aktuellen Azubis, Praktikantinnen, wen auch immer. Also die, die halt eben Karriere machen möchten. Da sind natürlich diese Leute, die bei Xing ja größtenteils unterwegs sind, auch interessant. Deswegen gehen die Leute selbst auch zu Xing, um da Kontakte zu knüpfen. Machen sie zwar prinzipiell auch bei LinkedIn, aber halt eben wirklich dieser große Unterschied, Xing, Fokus auf vor allem den deutschen Mittelstand. LinkedIn hat vor allem einen Fokus auf International Business. Also die sind in anderen Ländern, zum Beispiel in Indien ist LinkedIn auch recht aktiv mit vertreten und in verschiedenen anderen Regionen. Aber halt eben in Deutschland macht es lange Zeit, also speziell in Deutschland macht es lange Zeit keinen Unterschied, ob ich jetzt Xing nutze oder ob ich LinkedIn nutze. Das ist sehr, sehr vergleichbar. Also wenn ich mir überlege, okay, ich möchte jetzt was veröffentlichen, das will ich bei Xing veröffentlichen, dann kann ich genau denselben Beitrag auch nochmal bei LinkedIn veröffentlichen. Das nimmt sich nichts. Also ja, von den Anwendungen, die es dort gibt, von den, ja, wie man es nutzt, ist es wirklich sehr ähnlich. Nur, dass Xing jetzt eben nächstes Jahr Januar die Gruppen abschaffen möchte. Ja, das ist aktuell sehr heiß diskutiert, unter anderem in Gruppen, aber generell in der gesamten Xing-Community. Und da gibt es halt auch viele Leute, die jetzt deswegen auch monieren und zum Beispiel Xing Premium, das ist nämlich auch so ein kleinerer Unterschied. Ich kann mir jetzt auch LinkedIn Premium anschaffen, das ist quasi eben so ein kostenpflichtiges Abo für mehr Funktionen bei beiden Netzwerken. Das ist nämlich durchaus ein großer Unterschied bei Plattformen, über die wir schon gesprochen haben, sei das Twitter, sei das Facebook, sei das sonst was oder auch TikTok und Co. Da gibt es ja keine kostenpflichtigen Abo-Modelle. Twitter hatte mal zwar mit Twitter Blue drüber nachgedacht, aber momentan haben die ja mit Elon Musk ihren Stress und Probleme. Aber Xing und LinkedIn sind so, ich will nicht sagen, fast die einzigen Netzwerke. Snapchat hat zum Beispiel Snapchat Plus vor einiger Zeit eingeführt als so ein Abo-Modell, halt eben für Zusatzfeatures, aber die beiden machen es halt eben recht regelmäßig. Also dass es auch eine gewisse Nutzerschaft gibt. Bei zum Beispiel Xing hatte man, ich glaube 2013 oder 2014 war das gewesen, eine Million plus Abonnenten für halt eben dieses Premium-Feature gewinnen können. Das heißt, wie gesagt, einfach nur, dass du halt eben mehr zum Beispiel Bearbeitungsmöglichkeiten hast, dass du bei Xing zum Beispiel vor allem bei den Seiten mehr machen kannst. Dass du halt eben da weitreichendere Funktionen bekommst. Das ist so auch die größte Gemeinsamkeit an der Stelle. Ansonsten von den Unterschieden muss man wirklich sagen, echt der Fokus. Xing wirklich deutschsprachige Regionen und LinkedIn halt wirklich international vertreten. Auch mit den entsprechenden Branchen beispielsweise. Also in der DACH-Region haben wir bei LinkedIn vor allem so tendenziell internationalere Branchen, wenn ich so an Pharmaindustrie, Bankenwesen, Automobilsektor etc. denke, die einfach schon von Werk aus eher so einen internationaleren Fokus mithaben. Bei Xing, da hatten wir ja schon den Überblick uns mit angeschaut. Da haben wir zwar auch gut IT und Handel, aber hat eben so viel Industrie, Dienstleistung, Medien, die auch tendenziell eher einen nationaleren Fokus mithaben. Also das sind noch so ein paar Unterschiede, aber ansonsten von der Nutzungsart, von der Bedienweise sind beide Plattformen relativ vergleichbar miteinander. Und was halt alles Weitere angeht, würde ich sagen, findet es einfach mal selbst heraus. Xing, LinkedIn, Xing.com, z.B. LinkedIn.com einfach mal aufrufen und euch anschauen. Tendenziell schaden kann es nicht. Ich kann selbst auch sagen, ich wurde auch schon mal rekrutiert über Xing als Dozent. Also es kann mindestens für den Karriereweg, dass man halt eben einen interaktiven Lebenslauf hat und gefunden werden kann von potenziellen Arbeitgebern, kann es prinzipiell nicht schaden. Also die gehen auch wirklich los und suchen Leute auf Xing. Nicht zwingend Stellenanzeige, sondern okay, wir gucken erstmal bei Xing. Wer hat etwas anderes angegeben, Erfahrungen in seinem Beruf, klicke ich mal drauf. Da ist jemand, der mir gefällt, lade ich mal ins Vorstellungsgespräch. Ja, das ist, wie gesagt, mir auch wirklich selbst passiert. Da wurde ich dann in Erfurt an der Business School mal für eine Weile Dozent, weil ich wirklich aktiv darüber rekrutiert wurde. Ich habe das an der, ich weiß es noch, in der S-Bahn an einem Samstagmorgen, da war ich auf dem Weg zum anderen Auftrag gewesen und habe dann halt eben Smartphone-Push-Benachrichtigungen bekommen. Hier hat jemand dir eine Nachricht geschrieben bei Xing oder so, ja, ich habe mir ihr Profit angeschaut, sieht super toll aus. Wir suchen gerade bei uns am Campus so und so nach halt eben Dozenten für den Bereich, bla bla bla. und halt eben hätten sie nicht Interesse. Also das kann auch funktionieren, das muss nicht klappen. Es kann klappen, es muss nicht klappen. Okay, aber es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit. Genau. Um jetzt, wenn ich zum Schluss komme, ist mir gerade noch eingefallen, gibt es außerdem beiden irgendwelche nennenswerten andere Netzwerke, die das Gleiche machen wie LinkedIn und Xing? Wir hatten da sogar mal drüber gesprochen im letzten Jahr, wenn du dich an Polywork erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Das ist, hat man nie wieder davon gehört, oder? Ja, die sind so ziemlich, sagen klar, ist in der Versenkung verschwunden. Aber da muss man sagen, also Polywork geht noch in eine recht ähnliche Richtung, aber die haben ja auch so eine, eher so eine Nische. Die sind ja recht poppig, bunt in der Darstellung. Da würde ich einfach auf unsere Folge 65 verweisen. Okay, also Konkurrenz gibt es. Man kann sich was darüber anhören. Aber das sind schon die beiden Platze zwischen LinkedIn und Xing. Und welches von den beiden man nimmt, ist dann wohl eine persönliche Vorliebe. Ja, zumindest wenn du in Deutschland oder in der DACH-Region bist, wenn du international bist, dann würde ich auf jeden Fall sagen LinkedIn. Im deutschsprachigen Raum ist es relativ egal. Es wird auch immer wieder ein Abgesang auf Xing zum Beispiel gesungen. Ach ja, hier LinkedIn ist so viel toller. Aber ich finde schon bezeichnend, dass ich seit 20 Jahren Xing gegen LinkedIn behaupten kann. Das ist schon ein Statement für sich. Ich finde schön, dass es in dem Bereich nicht die eine Plattform gibt, die man nutzen muss, sondern dass man dazu ein bisschen eine Auswahl hat. An YouTube kommt man ja kaum vorbei, wenn man Videos produzieren möchte und dass die auch gesehen werden. Okay, das war es mit dem Thema für das Erste in Folge 75. Also nochmal kurz zusammenfassend. Wir haben uns mit Xing und LinkedIn auseinandergesetzt. Xing vor allem im deutschsprachigen Raum populär. Deutscher Mittelstand ist die Hauptzielgruppe. Dafür ist es auch gut geeignet. Größter Konkurrent im deutschsprachigen Raum wäre LinkedIn. Momentan noch weniger Nutzer. Aber dafür vor allem internationaler Fokus. Und wenn ihr im nicht deutschsprachigen Ausland unterwegs seid, wäre da wirklich LinkedIn so das Mittel der Wahl. Xing ist halt wirklich begrenzt auf Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. Aber großer Vorteil bei Xing, Thema Datentutz, müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Das ist sauber. Bei LinkedIn ist es ein Tochterunternehmen von Microsoft. Und naja, die haben ja auch schon mal den Big Brother Award für ihre Lebensleistung, was Spionage angeht, von Nutzern bekommen. Also ja, das ist da ein bisschen trauriger. Aber halt im internationalen Raum vor allem so das Mittel der Wahl. So, und damit sind wir am Ende der Sendung. Heute ging es um Xing vs. LinkedIn. Genau. Show Notes, Infografiken, aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Infos unter onlinengeister.com slash Newsletter. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir euch auch in unserer Spotify-Playlist. Und ein Hinweis an eigene Sache für unsere Podcast-Hörer. Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es und seid kreativ damit. Aber bitte informiert uns. Und damit verabschieden wir uns vom Thema. Und weil es Folge 75 ist, wollte ich ein Lied meiner eigenen Band reinnehmen, in der ich Bass spiele, denn es heißt 75.